WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR The Wind of Change Houston, können Sie mich hören? Da unten ist ein Krieg ausgebrochen. Und wir sollen die Kontrolle über die ISS übernehmen. Und das mit allen nötigen Mitteln. Wenn wir den Befehl von unserer Regierung bekommen, die Kontrolle zu übernehmen. Was schlägst du vor, was wir tun? Die Russen haben den gleichen Befehl bekommen. Und haben zuerst zugeschlagen. Zugeschlagen? Mujone, wir sind eine hochentwickelte Spezies. Die Russen haben den Befehl bekommen. Die Russen haben den Befehl bekommen. Am hour an komm ela. Die Russen haben den Befehl bekommen. Das war der Beruf.